Moinsen Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Heute spielen wir diesmal nicht Kepet und lieber Papa ist heute auch dabei. Hallo. Na, hat er recht. Heute spielen wir Zombie Party. Zombie Party, ein wunderbares Spiel. Ja, ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass wir das von der Aufnahme spielen. Ja, so sieht es aus. Also, und heute habe ich mir was überlegt. Ich habe mir überlegt, dass vielleicht jeder kennt doch Zombie Party, das Spiel natürlich. Wie wir es ja gerade spielen. Und weiter nix. Okay, dann ich mache mal Startgame. Wir spielen lokal zusammen. Hi Leute. Es gibt verschiedene Spielmodi, aber wir nehmen den normalen Adventure-Modus, weil den kennen wir. Der Witz ist, man kann auch bis zu vier Leute, glaube ich, können zusammenspielen bei Zombie Party. Warte, wollte ich? Ja, aber wir sind nur zwei, deswegen ist die, was jetzt zu zweit. Hallo, liebe Leute. Es ist so ein typisches Pixel-Spielchen, wo man einfach cool Zombies kennt. Hi, hi, hallo. Wir machen auch nicht den Hardcore-Modus, wir machen den normalen. Oh, ey, das ist nett. Okay, aber ich sehe schon, da sind dann auch die Characters, die sind upgegradet. Na gut, dann machen wir trotzdem nochmal. Hey. Du kannst mal mit rein kommen und spielen. Wo bin ich? Du musst den grünen Knopf drücken. Natürlich. Achso. Der geht immer aus. Der Controller geht immer aus. Warte mal, dann sollten wir mal einfach kurz deine Batterie wechseln. Ja, darf ich mal ein bisschen, Leute, okay? Moin, Hen, Koi. Achso, Leute, falls ihr das gesehen habt, hinterfragt nicht. Ja, genau. Also wir haben jetzt einfach die Batterie-Dingste, warte, ich mach an. Nehmen wir hier auf Zombie-Party, ja, warte, ich mach das hier. Startgame, Adventure, Normal. Geil. Okay, welchen nehme ich denn? Oh, ich nehme, glaube ich, mal den Hip-Man heute. Okay. Agent 48. Leute, warte, ich schliff euch mal, was ich vorwarte, ich nehme. So, okay. Dann guck ich mal, ob ich mir irgendeinen Hut gönne oder so. Oh, ein Monochemann. So. Falls euch... Du bist der blutige Schneemann, oder was? Ja. Okay. Falls euch aufgefallen ist, meine Haare sind wieder ein bisschen gewachsen. Ja. Hält sich gut auf. Alles klar. Das fällt eigentlich eh mal. Los geht's. Wir sind uns hier. Okay. Ich bin der Schneemann mit dem blauen Ring, oder können wir schon in eine neue Welt? Oh nein, können wir nicht. Verdammt. Oh, ich hasse es. Ah, Hilfe. Ah, das ist nicht so Spaß. Zombies. Ich komme in Frieden. Ich komme in Frieden. Also ich nicht. Ich versuche, die zu killen. Was? Okay, eigentlich kriege ich nicht auf. What? Hey, yo. Da liegen noch immer so ein paar Extras. Ich nehme einfach mal... Ja, hey. Ich will auch mal welche haben. Ja. Ich schmeiße jetzt... Oh, was ist das? Oha. Nein, kriegt mich nicht. Ah. Aber die kriegen, glaube ich, mich. So wie es aussieht. Oh, was? Dann schmeiße ich wieder Granaten. Bam, bam, feuer. Da liegt eine Waffe rum. Die will ich haben. Hier, wer ist da? Ich will die haben. Haha. Haha. Oh, was hast du denn da von euch? Was hast du gefunden? Krass. Hey, das hast du auch noch von dir. Wow, Turbo-Blaster. Wie sieht denn der aus? Keine Ahnung. Das ist Schomb. Oh, da ist irgendwas. Oh. Oh, plus Damage. Und ich bin... Nein. ...größer geworden? Hä? Ach, sie sind gerade nicht da. Aber was ist denn für Munition? Die erste Wille haben wir schon. Da geht's los. Oh, 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 oh. Ich steh mittendrin hier. Verdammt. Ich mach euch fertig, ihr Schweineköter. Hey, nehmt das, ihr Loser. Ich bebe hier ein Video auf, als ob bekämpft ihr mich. Boah, guck mal, was ich... Hallo. Habt ihr zu früher? Hallo. Ja, ich bin der Schneemann. Hä? Na was? Ha-ja. Ihr seid so dumm. He-he. Ja. Ja. Nein, Hilfe. Ich bin tot. Was? Ich rette dich gleich. Ah, nee. Ich leb doch. Was? Was ist denn für auch was? Für auch Sachen. Oh, ich hab magische... ...verteidigungen oder so. Oh, ich hab so einen Granatenteil. Du hast nur die Schöne aufgenommen. Oh, was ist das denn geiles? Oh, was denn? Guck mal, wie ich schießen kann. Guck mal. Ich kann überall Käfig... Käfig platzieren. Ich weiß gar nicht, wo ich bin im Moment. Ich kann Käfig platzieren. Ach, da. Vor allem, wo bin ich? Nein, du bist tot. Oh, ich bin tot. Oh, wir sind beide tot. So wie zum ersten Spiel. Ja, Leute. Falls ihr das seht, macht das nicht stark. Denn das ist nacht. Der weiß, was... Also nacht, nacht, das darfst du machen. Das ist ziemlich... Ja, ich weiß doch alles. Oh, da ist ein Podding, den wir nicht mehr haben. Warte. Ah, das ist ne Giraffe. Bö, bö, bö. Ah, 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 ah. Also los, komm, lass uns gleich noch ne Runde zocken. Papa, ich sag dir mal, das ist ein Horrorvideo. Das ist mein München. Übrigens, das ist ein Horrorvideo, Leute. Ah, ah. Ich glaub dir kein Wort. Doch, warte. Mein Ohr blut ist... Warte, ihr kommt gleich wieder. Okay, los geht's. Oh, ich weiß jetzt. Ich nehm jetzt mal den hier. Ich nehm mir noch ein kleines Haustier. Und zwar... Ich nehm mir die Schlange Mopi. Hallo, mein Ohr blutet. Kannst du jetzt mal loslegen? Okay. Und lass das nicht verhaschen, dein Ohr blutet gar nicht. Doch. Los. Ah, das blutet. Du bist ja doch kleine orangehaarige Junge. Das bist du doch. Das blutet. Oh, der ist ja cool mit den Blubberblasen. Ich bin tot. Was? Wie könnte dein Lass passieren? Keine Angst, ich rette dich. Ah ne, ich schläft noch. Hä? Aber ich hab sehr wenig Leben. Ah! Ist du tot? Ne. Ja, da kommen noch mehr von den Idioten. Verdammt! Bleib hier oben bei mir. Ja, wie man sieht, befindet man sich bei dem Spiel meistens im Rückwärtsgang. Ja, und das mein Ohr blutet. Okay, wir haben die erste Welle schon geschafft. Okay, next wave in 2, 1, los geht's. Okay, es hat auf. Oh mein Lass. Oh. Bist du tot? Ne, gehen wir noch. Ach. Geh weg von den Zombies. Ja, klar. Versuch ich's doch. Ah, eigentlich ist Munition. Was hält die Schieße? Mit grünes Ding ist da. Oh nein. Also ich hab... Ah, endlich Munition. Warte, da ist ne neue Pistole. He he. Ihr seid schon ne Dusa. Nein, ich bin tot. Und du hast ganz schön viele Verfolger. Wo liegst du? Da, wo der Pfeil hin zeigt. Ja, da lieg ich. Jetzt bin ich. Sind hier noch Sachen rum? Hier liegt irgendwas rum. Warte, ich bin das. Ach. Guck mal, geile Waffe. Oh nein. Oh nein. Ich hab die Raybo-Waffe. Oh, was ist jetzt los? Ich geh ab wie ein Zäpfchen. Guck mal. Ah, nein, ich bin tot. Ich rette dich. Wenn ich überlebe. Erstmal töte den Gegner. Und mich danach wiederbeleben. Oh, wenn ich schaffe. Ja, falls du schaffst, hab ich auch geschafft. Nein, mach nicht. Ich, dann töte die erstmal alle. Du kannst mich wiederbleben. Du nehmst. Ah. Danke. Kein Problem. Boah, ein bisschen unübersichtlich ist es schon manchmal. Aber ich hab... Du hast das genommen, das Lieder, ne? Ja. Boah, ich hinterlasse ein komisches... Geil. Oh, die Welle ist ja vorbei. Munition. Verrückt. Munition, Gold. Oh, jetzt kommen da. Wir haben auch ein paar größere Mini-Bosse dabei. Oh. Oh, irgendwie sind die alle kurz stehen geblieben. Sind die Teile da? Oh, nee. Oh, nee. Das ist doch auch was Speciales. Keine Ahnung. Das ist wahr. Du weißt doch, dass man springen kann? Ja. Verdammt, ich hab keine Munition mehr. Du musst die Munition suchen. Fast. Nein, ich bin tot. Erstmal killen die Zombies. Du bist der Einzelne, der noch richtig viel Leben hat. Töte erst mal die Zombies und danach nicht wiederbleiben. Die sind grünen Schüssel ausreichend. Sehr, sehr ganz schnell. Du liebst. Ja. Der Bus. Was? Der Bus ist da? What the... Are you ready? Ja. Okay. Ah. What the hell? Der Bus. Der hat eine Lebensabzeige. Ah. Was bitte? Wo schießt er bitte? Wie groß ist seine Schüsse bitte? Der hat eine Lebensabzeige unten. Der wird ja gar nicht weniger. Oh no. Hi. Ach, du warst schon tot, ne? Ja. Oh. Komm, wir müssen es nochmal versuchen. Ja, ich glaube auch. Ja. Also Leute, falls ihr dieses Video mögt, dann lasst ihn dann noch mal da. Ein Like und so weiter. Genau. Das würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und Papa und mich würden das auch sehr doll unterstützen. Ja, genau. Denn das ist harte Arbeit hier. Ja. Okay. Also gebt alle mal einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Fette Daumen. Ja. Gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr von Zombie-Party sehen wollt. Und nicht. Und Papi. Okay. Okay, weiter geht's. Krass, krass. Gut, ich habe eine Milliarde. Für uns beide ist das. Wollen wir jetzt mal auf Hardcore-Modus machen? Okay. Ich will einfach mal sehen, wie das geht. Okay. Ich nehme jetzt den hier. Rope. Piep. Ey, ich wollte den. Damit wir beide gleich auf sind, wenn ich den auch wollte. Ey, ich wollte die Waffe. So. Are you ready? Ja. Okay. Okay. Wow. Wow. Fuck. What the heck? Wie fängt das denn an? Wie fängt das denn an? Hier auch. Hilfe! Hilfe! Ah, schon mal Munition gefunden. Okay. Bekomme ich gleich. Bleiben wir zusammen hier. Na? Mal folgen mich. Verdammt! Verdammt! Ich sterbe gleich! Nein, nein. Du wirst nicht sterben. Du findest eine extra. Übrigens die kleine Schlange. Die ist mein Kumpel. Ja, weiß ich. Gut. War auch ein Kumpel. Ich kann ja während der Spieße auch die Waffen wechseln eigentlich. Aber das mache ich immer nicht, weil es klingt so hektisch. Toll, meine Waffe ist voll schlecht. Meine auch. Boah, ich habe Feuerverteidigung. Guck mal. Das passiert immer von alleine die ganze Zeit. Ah! Hörst du mir bitte Feuer selbst schaden, du. Habe ich? Haja! Hey, ich habe jetzt auch das Feuer. Ich bin ja schon wieder. Hehe! Gratis Spiel. Guck mal, ich habe gerade... Ich habe mal welche. Jetzt können wir sammeln erst mal. Oh, ne, da sind sich schon wieder. Es geht schon wieder los. Ah, lass mich sein! Nein! Lass mich! Gibst du tot? Nee. Nein, jetzt bin ich tot. Verdammt! Ich bin auch gleich tot. Obwohl es eigentlich... Hey, guck mal, wie viel Leben ich noch hatte. Gar nichts hattest du, du bist tot gewesen. Einfach nur tot, 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 tot. Nee, du warst tot. Ja, ich auch. Das bin ich. Das bin ich, der Schwarze. Nee, das bin ich. Wir sind halt beide Schwarze. Ja, aber ich bin derjenige. Nee, ich. Okay. Da kannst du nur eins geben. Atom. Ich nehme Atom. Ich will auch Atom. Ich will ein anderes Tierchen. Wo ist das Haus, Pads? Das war auch ein Haus, Pads. Ja, einmal noch mal W drücken. Ganz unten sind Pads, ganz unten. Ja, wo jetzt? Na, du bist wieder rausgegangen. Geh noch mal nach unten. Und jetzt grün drücken. Ja, und jetzt runter. Nein. Grün drücken. Unten. Nein. Rot. Nach unten. Grün. Nach unten. Wo sind die Tiere? Ist das so, als die du haben? Ich habe ein Haustier. Ja. Ich habe ein Haustier. Ja. Ja. Die Zombies kommen auch manchmal einfach so auf den Boden gesprungen. Hey, jetzt extra wollte ich haben. Ja. Na, ne. Vielen Dank. Was habe ich da? Was? Guck mal. Wow, Baba. Ich habe Regenbogen Schuss. Ein kleiner Minibus. Ich bin tot. Und nicht jetzt. Welche denn grünen Schüsse maus? Denn da tun wo gerade alle Zombies rumhängen. Genau da. Ah, ich muss besser. Der scheiß Minibus. Der ist direkt auf mir. Auf der Bauch. Dieser Boss. Mein Hund lebt wenigstens doch. Jetzt haben wir einen Moment Zeit, Sachen aufzusammeln. Oder können wir da schon rein? Doch. Wir müssen den Endboss, den riesigen Besiegen, den wir vorher erreicht haben, aber gestorben sind. Wir müssen den Tod. Verdammt. Das liegt alles an dir. Wir sind dead of the squad. Wo bist du? Ja, genau da. Aber da kommt man gerade nicht. Die sind alle gerade gefroren kurz. Der scheiß Tag. Der nicht zu nah ran. Der ist ein kleiner Klugscheißer. Und äh, Rette nicht vielleicht? Rette schießen Sie dann? Regenbongschuss. Boah, guck mal, was ich mit dem Feuer mache hier. Nein! Bist du tot? Nee. Dennis hat so dämm gemacht. Ich bin tot. Loser. Hehehe. Ihr Loser. Hast du Laune, die Zombies zu killen, ne? Mhm. Leute, findet ihr das nicht auch? Oh, mein Schutz ist so. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich rette dich. Geht nicht, weil jetzt kommt der Boss. Egal. Komm, wiederbeleb mich. Oh, leider komme ich da gerade nicht rein. Dann warte, stell uns den rum. Wir hätten den Boss besiegen können. Schon wieder tot. Und, reicht das für heute mit dem Video erstmal? Ja. Okay, Leute. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, wir zocken das geilste Spiel. Was passiert? Zombie, Zombie, Gräser. Ja, hier. Füßig, Füßli, Füßli. Und übrigens, ich habe schon Comics, die könnt ihr morgen bestellen. Extra um 5 Uhr. Ja, denkt an unser Merch. Kauft unsere T-Shirts, kauft unsere Hoodies, kauft unsere Taffekassen. Ich habe auch selbst gemachte Shacki Comics. Oh ja, die sind die besten. Kostet nur 20 Euro pro Tag. Aber der erste kostet natürlich 6 Euro. Also, bis später. Also, ciao. Ciao.